Und wenn ich nochmal durch die Blister rasen Und wenn ich die Blister schreibe, dann schreibe ich die Blister Okay. Gut, er möchte zum Autohaus nach Los Santos, ähm, ja, ist ja beim Arbeitsamt, bin ich auch schon ein paar Mal da gewesen, also beim Arbeitsamt meine ich jetzt nicht beim Auto, äh, bei der Autovermietung. Was habe ich gesagt? Autovermietung, habe ich das schon gesagt? Oder habe ich nur gesagt, er will nach Alice? Egal. Was sonst. Scheint aber irgendwie kein Taxifahrer hier zu sein heute. Oder sehr, 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 sehr wenige. Ich guck gleich mal. Der Herr scheint es recht eilig zu hören. Hoffentlich steigt er nicht aus, ey. Da warte ich ja immer drauf, dass irgendjemand, irgendjemand sich auf den Staub macht, wenn das ihm zu lange dauert. So, wir sind gleich da. Da vorne ist ja schon das Arbeitsamt. Und direkt dahinter ist die Autovermietung. Nämlich hier. Na, will er nicht? Oder hat er was zu tun? Oh, ich mag das Lied. Es ist nicht, äh, es ist nicht mein Geld, was da flöten geht mit jeder, mit jeder 15 Sekunden. Er ist es, er ist es, er ist es. Jetzt glaube ich 22 schon. Hatte einen alten Namen gehabt. Es gab immer diesen, es gab immer den, ähm, Namen-Challenge. Ach, so, alles klar. Okay, jetzt weiß ich auch, wer er ist. Und tatsächlich nur ich als Taxifahrer an. Meine Fresse. Na, dann schmeiß ich ihn mal raus. Ach, er ist gerade tatsächlich auf dem Desktop, oder? Oder leckt das Spiel etwas rum? Wo ist? Der ist immer noch hier rum. Ach, ich werde da nicht mal warten. Ah, da ist er. Alles klar. Kein Tschüss, kein Nichts. Sehr nett. Naja, das ist GAP. Man kann froh sein, wenn man mit, äh, mit Leuten aneinander gerät, die etwas freundlich sind. Und... Boah. Naja. Lässt sich aber halt nicht ändern. Oh, ich sehe gerade, die Leichtathleten sind gerade mit dem Marathon fertig geworden. 2 Stunden 23 oder so haben sie gebraucht. Also ich meine, 42 Kilometer in fast zweieinhalb Stunden zu laufen, das ist schon eine Hammerleistung. Also das waren jetzt zwar die Frauen, aber... Naja. Gut, wir sind die, äh, der einzige Taxifahrer hier. Ah, Vispar County Club, wo dat denn, ey? Ich warte mal, bis der Taxiruf, äh, näher wird. Also ja. Hier abrufbar wird und dann... Da. Auf, auf. Oh, oh. Hihihi. Auf in den Underground. Oh. Fail. Die Ja, die Sander. In Sumokuwer ranked so nach Golf Club, sprich, ja. Golfplatz irgendwo hier in der Nähe. Ich glaube, ich weiß wo einer ist. Ah. Aber auch an den Varios Hood's up, Geis Ja, Pinsan Fierro müsste einer sein Er bewegt sich, bin ich das so, dass er das Er bewegt sich Krass Krass, warum ruft der in Taxi und Warum ruft der in Taxi und haut's dann ab? Solche Leute hasse ich, ne? Oh, meine Fresse, ey Ja, dann kann er mich mal, ganz ehrlich Ruft ein Taxi und Sucht sich dann eine andere mit Fahrgelegenheit Dann muss er auch von mir keine Hilfe erwarten Boah Auch wenn das Wetter scheiße ist Grüß dich raus an alle Open-Leute Die gestern in der Großzeiten auf dem Treffen waren Wow Ich habe aber besonders viel Lust noch mehr aufzunehmen, habe ich jetzt eigentlich gar nicht Das war ja jetzt auch gleich eine halbe Stunde So drei Parts wären das jetzt gewesen sein Ich meine, dann werde ich jetzt mal gleich aufhören und Naja Irgendwann werde ich mal wieder mehr Lust habe Bisschen länger aufnehmen Fahre ich aber trotzdem mal eben nach Hause Kriege ich hier gerade Besuch oder was ist das? Moment mal Ah ne Ich dachte gerade hier Kommt gerade jemand denn so aus Das ist alles aber So, hier anpacken Mist Motor aus und reingehen Gut, wie gesagt, ich stoppe dann mal die Aufnahme und sehen wir uns dann irgendwann wieder